Hallo liebe Freunde in dem ganzen deutschsprachigen Raum. Hier Christian Göbel aus Frankfurt von unserem ersten Bonova Leadership Wochenende. Und ich möchte euch allen einen sehr guten Freund inzwischen von mir und vor allem einen super Network Marketer aus England vorstellen. Kyle Pech Patel, international bekannt. Bin so stolz, dass er an meinem Team ist. Hi my friend, how are you doing? Absolutely, I'm so excited. So excited. Ich würde ihm einfach mal so ein bisschen fragen und das für euch übersetzen. Kyle Pech, why did you follow me? Why did you join Bonova? Well, when you shared with me the big picture. And quite honestly guys, I've been in the industry for 18 years. I've seen everything. And I've done some great things. I've seen some not so great things. Er ist seit 18 Jahren im Network Marketing. Er hat viele gute Dinge gesehen und viele nicht so gute Dinge. Und als er dieses große Bild hier gesehen hat, da hat es Klick gemacht. Dass er die Vision von Bonova gesehen hat. So when Christian showed me a company that number one was online and viral and that I could see every single person I know will use this product. Also die erste, wo er Ja gesagt hat, was ihn interessiert hat, eine Firma, die online sehr viral im Internet sich vermehren wird, weil einfach jeder Mensch, den er kennt, ist er sich davon sicher, wird er dieses, was wir in den Markt bringen, nutzen wollen. Dann habe ich ihm einen Deal angeboten, 1,2 Millionen Sonderprämie, also eine Million in Bar und 200.000 für eine Eigentumswohnung, für eine Leistung, die er in seinem Leben schon öfters erbracht hat. And then he finished it off and said, Captain, on top of this, you get to own a piece of of the company, I was in. Und dann habe ich ihm auch noch gesagt, und zusätzlich bekommt er auch noch Anteile von der Firma, so wie jeder Vertriebspartner der Firma Bonova bekommen wird. Und dann war er einfach dabei. And it wasn't just story, the company had money, they already invested, millions, before even speaking to anybody. Und es ist dieses Mal nicht einfach nur irgendein Gelaber, sondern die Firma hat wirklich Millionen investiert, bevor sie die ersten Euro Umsatz gemacht hat. So if you like the story so far, you really should speak to Christian and find out why this company is going all the way to the top. Also, wenn euch die Geschichte gefällt, dann solltet ihr so schnell wie möglich mit mir oder also with Kalpesch. Take contact with Kalpesch. So if you like him more than me, contact him, it's the same family. Also es ist die gleiche Familie, also ihr könnt auch ihn kontakten. Super Networker, weiß genau, was er macht. We'll see you at the top. Thank you for watching. Wir sehen uns oben an der Spitze. Bis bald. Tschüss.